So, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Planet Coaster hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ja, letzte Folge haben wir ja unsere Kinderachterbahn, die wir hier gebaut haben, erfolgreich zu Ende, ich sag mal repariert, da wir, oder ich, hier am Anfang so dämlich gebaut habe, dass der Zug überhaupt nicht über den ersten Hügel gekommen ist. Ähm, so, ich hab ja schon mehrmals angesprochen, dass ich die gerne in diesen Wild West Teaming haben, nee, Wild West Teaming irgendwie machen möchte. Jetzt muss ich nur mal gucken, wie ich das Ganze denn überhaupt angehe, ob ich zum Beispiel die, ich weiß gar nicht, ist das Sand oder ist das schon Fels? Ne, das ist Fels, ne? Oh, geil. So, ich würde jetzt erstmal sagen, wir machen jetzt erstmal alles aus Stein hier rum. Alles aus Stein. Genau. Zack, 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 zack. So, diesmal machen wir es auch so, wir eröffnen erst, wenn die Bahn komplett ready ist. So, jetzt haben wir alles aus Stein. Super. Dann können wir, genau, ein paar Akzenter immer setzen hier. Jo. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Ich weiß nicht, seit ich in der letzten Folge, ähm... Warte mal, Medium, Small, Stream. Warte mal, ist das... Warte mal, ist das das? Mit dem Rauch? Ja, was war das hier? Mist Large? Oh. Hä, das liege ich jetzt nicht durch. Special Effects, äh, Steam Large? Finde ich den da schöner. Wird weg. Und weg. Nehmen wir den. Sä, äh, äh, ich weiß es nicht. Seit ich das entdeckt habe mit dem Rauch, äh, gefällt mir das richtig gut. Ich weiß nicht wieso. Ich finde das richtig klasse irgendwie. Sowas habe ich nämlich damals mal schon bei, äh, Roadercross da Tycoon gewünscht. Sei es bei der 3, äh, sei es bei 3 oder bei, ähm, 2 auch schon. Jo. Gab es denn damals? Nur nie. So, ein bisschen höher. Zack, zack. Äh, ist zu krass. Zack. Alles klar, duplizieren nochmal. Na, hier muss es ein bisschen höher. Genau. So. Nur mal duplizieren. Ein bisschen höher. Nur so. Ich mach das jetzt erstmal so. Ganz ehrlich, kann man da nicht Wasser reinmachen? Das wär geil, wenn man so einen Wasserfall da runter machen würde. Kann man leider ja nur nicht machen. Da hab ich schon was da drin? Okay. Ne, Leute, die... Die Dinger, kommt weg. Die gefallen mir noch nicht so. Da. Nein, weg. Weg. Wie geh ich das jetzt am besten an? So, irgendwo Wasser hier reinmachen. Das kann man da zum Beispiel, genau. Machen wir das auch? Auch? Ne, man kann das ja einfach so als... Als kleine... Wasseransammlung von Regen wie im Gebirge auch sehen. Hm. Ne? So. Dann... Gehen wir mal unter Blueprints. Da hab ich doch schon was rausgesucht. Von früher schon mal. Aus früheren Projekten. So. Jetzt muss ich mal gucken, was passt da. Das ist zum Beispiel eine Bergmine. Das dürfte doch eigentlich ganz gut passen, oder? Das ist zum Beispiel eine Bergmine. 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 Könnte ich halbwegs mal versuchen hier, oder? Ja. Finde ich gut. So, so unser Wild West Saloon, der war natürlich nicht auf dem Berg. Den machen wir mal hier hin. Ein bisschen vorsichtig, weil da sind ja Shops drin, so wie ich gerade sehe. Scheiße. Oder komme ich da jetzt noch rein? Natürlich. Scheiße, alles klar. Gut, muss ich direkt wieder abreißen, da. Multi, multi, alles klar. Kommt gleich weg. Den Schmand erstmal auch. Den kann man später nochmal nehmen. So, dann nehmen wir Blueprints. Das war das, ne? Jawohl. Machen wir jetzt erstmal da hin. Passt auch. So, wie ich das gerne haben will. So. Dann können wir nämlich hier... Äh. Hallo? Den Weg nämlich entlang ziehen. Das war vielleicht weg. Das lassen wir dann erstmal so. Jetzt wollen wir erstmal den Berg machen, ne, Leute? Erstmal den Berg. Oder am Berg. Das gefällt mir schon mal ganz gut, wenn ich ehrlich bin. So, jetzt ist die Frage, baue ich das hier hin? Oder... Baue ich das hier mit an die Bahn? Wenn ich ehrlich bin, Leute. Ich baue es mit an die Bahn. Oh Gott, ey. Okay, das hasse ich zum Beispiel noch, dass man bei, ähm... Blueprints zum Beispiel immer noch alles duplizieren muss. Und nicht genauso wie, dass man das nicht einstellen kann, dass man das, äh, dauerhaft nutzen kann. Ja, zack, zack, zack. Komm. Zack. Genau. Zack. Scheiße. Ja. Duplizieren. 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 Ja. Ja, sicher. Duplizieren. So, alles klar. Gefällt mir auch. Nein. Das kommt später. Old West. Ja, könnte ich jetzt einen Wasserfall bauen, wäre es natürlich geil. Ich kann es nun leider nicht. Ist aber egal, ich baue das trotzdem jetzt hier hin. Hm. Ich glaube mal, und zwar genau... Hier. Da, ich nämlich... Weil da nämlich... Hey, sag mal! Da, da nämlich Toiletten drin sind, so rum. Wow. So, jetzt muss ich... Ne, das nervt mich jetzt. Das nervt mich jetzt echt. So, wir machen jetzt die Größe hier von... Ah, falsche Richtung. Weil so ein Wasserrad, was sich im Nichts dreht, ist... Also... In Land dreht. Das sieht scheiße aus. Sprich, es kommt... Wasser rein. Leute, warum kann ich das hier nicht höher machen? Das kann doch nicht wahr sein. Naja. Ganz ehrlich, da kümmere ich mich jetzt erstmal nicht drum. Erstmal nur um das Grobe. So, Old West Corner. So. 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 Ey, sag mal, was ist denn heute los hier? Holy shit. Yo. Das gefällt mir auch ganz gut, wenn ich ehrlich bin. Ey, stopp, 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 stopp. Komischerweise geht's da. Aber naja. So, dann machen wir das eben noch so. Wo? Okay, wir sind mit dem Bergfehl nicht weitergekommen. Ehrlich gesagt haben wir gerade mal nur hier unten den... Nee, Palmen gab's da nicht. Ähm... Den Bergfuß gemacht, ehrlich gesagt. Also, was ist das? Night. Night. Oh, jetzt night. Okay, ich bin immer noch vorhin. Dude dude dude. Duuuh. Ja? Gefällt mir schon mal sehr gut, muss ich sagen. So, dann werden wir hier noch so ein paar Brocken hinsetzen. So in wilder Formation. Mhm. So, dann nehmen wir hierfür mal die roten. Ah, ich hätte noch gut ein Wasserbecken reinkommen können, oder? Fällt mir gerade erst ein. Scheiße. Ja, ist egal. Wir wollen jetzt erst unseren bisschen den Berg gestalten hier. Ui, das ist ein Klotz. Alles klar. Okay, das hat echt Wumms, der Klotz hier. Na, scheiße. Also dann doch etwas... Etwas zu groß, der Stein. Obwohl, hier passt doch gerade. Krass, hier passt echt... Cool. Hab ich nicht gedacht. Was ist denn? Ne. Wie geil ist das denn, das passt. Krass. Okay, hier sieht es ein bisschen scheiße aus, wenn das so übereinander lappt. So dämlich. Jo, kann man so lassen. Würde ich mal behaupten. Super. Kleine Schlucht hier. Naja, klein ist gut. Große Schlucht eigentlich. So kurz vor dem Schluss der Schlussbremse. Einfach nochmal eine schöne Schlucht hier. Ja. Gefällt mir. So halb überlappend noch, so. Ja man, genau so. Krass. Gefällt mir. Gut. Richtig. Super. Wahnsinn. Ey, das muss ich echt sagen. Das gefällt mir richtig gut. Krass. Jetzt geht das wieder los hier. Stellt es bitte eigentlich ein, dass man das anhalten, äh, dass man auch nur Sonne lassen kann. Bitte. Leute, bitte. Ich bitte euch drum. So. Was kann man denn nochmal zum Beispiel hier reinbauen? Hier können wir jetzt zum Beispiel auch mal diese Kaktene mit reinbauen. Finde ich zum Beispiel ganz gut. Passt auch gut dazu. Zack. Hier auch drauf. Jo. Jo. Nein, der passt natürlich nicht. Ich hätte mir auch gern noch zum Beispiel, äh, ah genau, das ist zum Beispiel, das wollte ich nämlich in letzter Folge zum Beispiel auch mal sagen, ich wollte, äh, oder ich wünsche mir eigentlich auch so eine Unterteilung wie in den Rollercoaster teilen. Sprich, wenn ich bei Rollercoaster 3 zum Beispiel, äh, nur ein Wild Westing haben will, kann ich zum Beispiel alles ausblenden und nur den Cowboyhut als Symbol anlassen. Und dann wird mir alles an Wild West-Theming vorgeschlagen. Das hätte ich auch gerne hier, weil ich finde das auch manchmal echt einfacher, weil ich ganz ehrlich nicht, äh, oder ganz ehrlich nicht weiß, was gehört alles mit zu Wild West und was nicht original getraut. Das wäre das zum Beispiel. So. Da noch was hin. Und da noch was hin. Und da noch was hin. So. Und dann sind wir dem ganzen Stück schon mal ein bisschen näher gekommen, würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen, schaltet nächste Folge wieder ein, um nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge hier auf meinem Kanal mit Planet Coaster Alpha Version 3. Bis dahin. Ciao. Ciao.